Der Dezember hat sich ja bisher mit nicht gerade spannenden Hochdrucklagen ausgezeichnet. Da gab es sehr oft Nebel und Hochnebel, auf den Bergen aber Sonne und manchmal hat das ein oder andere Gebäude aus dem Nebel rausgeschaut. Aber freilich ist die Frage berechtigt, wo bleibt denn der eigentliche Winter? Hier ein Bild aus Berlin mit Regentropfen bzw. einer Pfütze, also auch kein wirkliches Winterwetter. Und wir schauen uns jetzt mal an, was die nächsten Monate so bringen, wollen aber gleich mal mit einem Rückblick beginnen, nämlich auf den Dezember. So sah das NOA-Modell den Dezember, nämlich Ende November, also der Vorausblick. Leicht zu warm im Süden, sonst eher durchschnittlich im Norden vielleicht auch noch ein bisschen zu warm. Es war fast richtig, sagen wir mal. Im Süden hat es gestimmt, im Norden war es aber auch zu warm. Und insgesamt müsste man das dann mit den orangenen Farben schon ein bisschen weiter nach Norden ziehen. Ein zu warmer Dezember liegt also praktisch hinter uns. Warum schwankt das NOA-Modell da immer so? Zunächst hatte es den Dezember ja auch als deutlich zu warm gerechnet. Dann hat es das zurückgenommen. Das liegt unter anderem auch an der Eis- und Schneebedeckung. Auf die reagiert das NOA-Modell sehr sensibel. Und hier haben wir mal die USA bzw. Kanada, den Nordpol und Russland mit der Schneebedeckung bzw. Eisbedeckung eingezeichnet. Und wir sehen, das reicht über Sibirien bis zum Ural etwa. Und dann ist es schlagartig vorbei. In Skandinavien noch ein bisschen was. Aber Mitteleuropa und Westeuropa gar nichts. Also das ist typisch für einen eher milden Winter. Und die Schneebedeckung übrigens in Sibirien auch nicht besonders hoch. Und wenn man Richtung USA schaut, auch da sind es keine besonders großen Schneehöhen, die uns erwarten bzw. die gerade liegen. Schauen wir dann eben mal auf den Januar. Was uns da erwartet, zum einen fällt mal auf. Hier im Osten Europas und im Südosten ist es ganz schön kalt. Also unterdurchschnittlich bis zu minus zwei Grad. Also da hält sich ein richtiger Kälteblock. Aber bei uns in Mitteleuropa und in Westeuropa und auch in Skandinavien sollte es zu warm werden bzw. eher durchschnittlich sein. Im Süden wieder ein bisschen zu warm. Das in Verbindung mit der Feuchtekarte spricht eher für weitere Hochdrucklagen. Da haben wir doch sehr viel zu trockene Zonen von Spanien über Frankreich bis Deutschland hinein. Nach Osten dann eher durchschnittlich. Was den Niederschlag angeht, also eine Fortführung eigentlich dieser eher hochdruckbeständigen Wetterlagen sollte das zumindest andeuten. Kaltlufteinbrüche kann es deswegen natürlich schon geben, aber sie werden halt schnell wieder weggewischt von Hochdruckgebieten. Und damit sieht es wahrscheinlich eher mau aus mit dem Schnee. Man kann ihn in frostigen Nächten natürlich mit Schneekanonen machen, aber so richtig wegschieben muss man ihn nicht, weil er von oben wohl runterfällt. Gilt das auch für den Februar. Und da sieht es schon wieder dickrot aus. Das heißt also deutlich zu warm der Februar. Zumindest zeigt uns das NOAA-Modell das so und auch im März. Tja, wie sieht es denn da aus, wenn dann der Frühling so zart beginnt? Haben wir dann eher die Kälte da und den Graupel, den Schnee oder blühen schon die ersten Blumen? Haben wir also ein mildes Frühjahr und dazu das NOAA-Modell. Ja, von Osten rüber Richtung Deutschland eher milde Temperaturen. Also das sieht dann doch eher nach zu warmem Wetter aus. Allerdings, wie gesagt, die Schwankungsbreite des NOAA-Modells ist im Augenblick schon recht groß. Da müssen wir mal abwarten. Den letzten Winter hatte das NOAA-Modell besser im Griff als diesen, scheint mir. Aber trotzdem, wir lassen uns mal überraschen, was dabei rauskommt. Bisher waren die Prognosen ja nicht ganz so schlecht. Und zum Abschluss wünsche ich Ihnen jetzt über die Festtage, übers Jahr eine gute und erholsame Zeit, einen guten Rutsch und ein gutes neues 2017. Und da wollen wir Sie natürlich auch wieder mit tollen Videos und guten Prognosen verwöhnen.